Mit dem heutigen Betriebssystem zieht es uns in den Nahen Osten. Denn dieses Betriebssystem wurde mir empfohlen und quasi als tadellos beschrieben. Das Schöne an diesem Betriebssystem Uruk ist, dass ich mit jedem Paketmanager Befehl Pakete installieren kann. Sei es mit Abt oder Pacman oder Zipper oder TNF. Das, was mir gerade leicht von den Fingern geht, das kann ich nutzen, um Pakete zu installieren und das System zu updaten. Wie das genau funktioniert und ob das überhaupt gut funktioniert, das abhört ihr heute hier in diesem Video. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS und heute führt es uns in das Land zwischen Euphrat und Tigris, nämlich in den Irak. Heute installieren wir Uruk und aufmerksam geworden bin ich darauf durch einen Nutzer unter meinem letzten Video mit dem Namen VoraussichtlichGestern. Und er hat beschrieben, dass er Uruk ausprobiert hat und beschreibt es als, das Ding ist der Hammer, schnell wie Sau, für mich super schönes Aussehen, funktionell, Bedienung eine 10. Das Minus muss ich noch suchen, wenn ich es finde, melde ich mich nochmal. Und das hat mich natürlich sofort inspiriert, mir Uruk einfach mal anzuschauen. Und da ich gestern aber keine Zeit mehr hatte, mir das anzuschauen, wird es auch für mich jetzt hier eine Premiere. Das heißt, ich habe das System noch nicht heruntergeladen, noch nicht ausprobiert, noch nicht angeguckt. Das machen wir jetzt zusammen. Auf uruprojekt.org finden wir dann das System, wenn man auf die Seite geht, wird man erst zu einer Sprachauswahl umgeleitet. Man kann auswählen zwischen Arabisch und Englisch. Ich nehme jetzt einfach mal Englisch und dann hat man hier wirklich eine wunderschöne Seite mit einer Vorschau. Hier findet man dann auch eine Aussprache Hilfe, eine Audiodatei, die beschreibt, wie man Uruk richtig ausspricht. Okay, so wird es also ausgesprochen. Und ja, dann hat man hier so die Schlagworte, warum soll Uruk genutzt werden. 100% freie Software. Es wird also keine proprietäre Software mitgeliefert. So, volle Kontrolle, einfach zu bedienen. So, dann, jetzt wird es interessant. Das hat mich schon ein bisschen mehr interessiert. RPM-Pakete können ziemlich einfach installiert werden. So, es gibt keinen Grund, seinen Arm zu verdrehen. Einfach ins Terminal U-rpmi, gefolgt von dem Dateinamen, eintragen. Und dann wird das RPM-Paket installiert. Und das gleiche ist mit Quelldateien oder Source, ja, Quelldateien. Einfach in das Terminal U-src eingeben, gefolgt von dem Namen, was man eben bauen möchte. Und dann macht er alles von alleine. Das ist auch ziemlich spannend. Aber jetzt kommt noch der dritte Punkt. Nutze die Kommandos eines jeden Package Managers. Mit dem Package Managers Simulator kannst du jeden populären Package Manager quasi simulieren und die Kommandos verwenden. Also als populäre Paket Manager sind eben gemeint, apt, also was bei Debian und Ubuntu apt ist, oder Pac-Man bei Arch, Zipper, DNF und so weiter und so fort. Das, darauf freue ich mich schon, da ein bisschen rumzuspielen. So, Uro gibt es noch als Docker-Container. Und ja, hier kann man dann noch mitmachen quasi oder den Entwickler kontaktieren. Und ja, das war's. Und hier kommen wir jetzt zum Download. Da klicke ich einmal drauf. So, und während der am Runterladen ist, schauen wir mal noch ganz fix weiter. Es gibt hier noch einen Blog. Auch hier kann man dann noch neben Englisch und Arabisch noch Französisch auswählen, wer das lieber mag. Und dann kann man sich dann hier, ja, die Blog-Posts entsprechend durchlesen. Hier gibt es noch einen Link zum Uruk-Wiki. Allerdings funktioniert dieses Wiki scheinbar nicht. Hier gibt es einen Fehler. Ein Cloudflare hat hier einen Fehler 502 zurückgeworfen, was meistens bedeutet, dass der Server, wo hier das Wiki draufliegt, falsch konfiguriert ist. Das bedeutet Fehler 502. Vielleicht wird das noch behoben. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Dann, was mir aufgefallen ist, ist hier unten ein Twitter-Handle namens Adidiot. Oder Adidiot. Allerdings ist dieser Account gesperrt. Nun weiß ich nicht, ob der Entwickler das hier versehentlich im Template dieser Blog-Seite einfach vergessen hat anzupassen. Oder ob er da selber ein bisschen trollt. Aber wer weiß, wer weiß. Wir wissen es nicht. So, als nächstes. Etcher. Denn, wie gehabt, installiere ich hier Betriebssysteme mittlerweile nur noch auf echter Hardware. Bei meinen Reviews nur noch ganz selten oder gar nicht mehr auf virtuelle Maschinen. So, hier habe ich meinen Sundisk. Einmal flashen und Passwort rein. Und dann heißt es kurz abwarten. Ja, es dauert immer ein bisschen länger, wenn man das Ganze auf echter Hardware hat. So, und während wir darauf warten, dass der USB-Stick geflasht wird, möchte ich die Gelegenheit schnell noch nutzen, um nochmal auf meine Social-Media-Accounts entsprechend aufmerksam zu machen. Zum einen meinen Twitch-Kanal. Jeden Samstagabend streame ich einfach live und wir machen einfach ein paar, ja, lustige Sachen. Aktuell arbeiten wir ja an ein paar Installations-Skripten für Arch Linux. Wenn ich hier mal kurz auf Vollbild mache, dann sieht man das auch. Ja, hier in diesem Livestream gestern Abend haben wir hier schon angefangen und dran gearbeitet und haben versucht, Sway, eine Installationsroutine für Sway, zu skripten. Und hier bist du auch herzlich eingeladen, mitzumachen. Ansonsten folge mir auch gerne auf Mastodon. Ich bin zu finden unter dem Handel at so ein Typ im Internet, at mastodontech.de. Da einfach nach mir suchen und dann ruhig mit verlinken. Auch hier, ja, tröte ich hier und da immer mal eine Kleinigkeit. So, der USB-Stick ist fertig und jenen haue ich jetzt in den Rechner rein, in den HP-Rechner. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Und dann schauen wir mal, wie wir das ganze System jetzt hier installieren können. Und ich sehe hier unten schon in der Fußleiste hier unten, in dem Dock gibt es bereits einen Punkt, der nennt sich Install Uruk. Da einmal drauf. Willkommen bei Uruk. Und vor allem sehr interessant, es ist auf Deutsch, zumindestens so halb. Also es steht auf Deutsch Willkommen bei Uruk. Das hat er also schon erkannt, wahrscheinlich anhand der IP-Adresse. Und ja, dann gehen wir mal auf Los geht's und dann bin ich mal gespannt. So, Deutsch Germany hat er erkannt. Welche Sprache wollen Sie verwenden? Dann einmal weiter. So, welche Zeitzone befinden Sie sich? Das ist jetzt hier ein bisschen blass, aber man sieht, es ist Berlin bereits vorausgewählt. Weiter. So, dann hier die Tastatur, die kann so bleiben. Einmal weiter. Und jetzt kommen wir schon zum Benutzer-Account. So, dann nehmen wir einmal Typ. Dann der Name des Rechners. Nehmen wir Uruk-HP. Okay, so, dann Benutzername, Passwort. Dann nehmen wir ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. So, Passwort zum Anmelden abfragen, das ist okay. Und meine persönlichen Ordner verschlüsseln, das kann man noch zusätzlich. Dann kann da wirklich nichts und niemand mehr drauf zugreifen. So, automatisch erstellen oder manuell partitionieren. Hier geht es um die Partitionierung und Formatierung der Festplatten. So, und ich sage, ich möchte eine automatische Installation haben und wähle jetzt hier die richtige Festplatte aus. Das wäre dann hier die Venu-Scorp. Das ist die 256 GB Festplatte. Das ist auch in Ordnung so. Dann kann ich hier noch ein Logical Volume Management einrichten. Was das genau ist, habe ich schon mal bei meinem Debian-Video erklärt. Einfach mal hier oben auf dem i. Da kannst du mal schauen. Da habe ich mich mit LVM mal so richtig ausgetobt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, die Festplatte entsprechend zu verschlüsseln. So, dann einmal weiter. So, soll die Festplatte gelöscht werden? Ja, das ist in Ordnung. So, dann wird das Grub-System installiert auf SDA. Dann einmal weiter. Und dann sind wir soweit durch und wir können einmal auf Installieren. So, bei der Installation habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Was jetzt hier in dem Video nicht mit drauf ist, ist, dass ich die gesamte Installation nochmal von vorne machen musste. Bei der Installationsroutine wird nach Festlegen der Festplatte gefragt, wohin Grub installiert werden soll. Und ich hatte ausgewählt slash dev slash SDA. Das ist aber bei EFI-Systemen gar nicht möglich, dass das Grub eben auf die vollständige Platte geschrieben wird, sondern der Grub-Bootloader muss auf eine eigene Partition geschrieben werden. Ergo hätte ich an dem Punkt SDA1 auswählen müssen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe SDA ausgewählt. Und damit ist zwar die Installation aus irgendwelchen Gründen durchgegangen, aber es ist nachher nicht gestartet. Es ist kein Bootloader installiert worden. Und das Dateisystem SDA3 ist auch gar nicht erst erstellt und erkannt worden. Also habe ich die Partition händisch neu erstellt und mir ist dann bei der Neuinstallation aufgefallen, dass ich eben SDA1 hätte auswählen müssen bei der Grub-Auswahlliste, wohin Grub installiert werden soll. Das nur nochmal als kleines Wort der Warnung. Auch an euch, wer das Ganze nachinstalliert, da bitte genau schauen, dass ihr Grub genau auf die EFI-Partition oder also beziehungsweise auf die Boot-Partition installiert. Solltet ihr mehrere Festplatten haben, dann schaut, welche Festplatte ihr dann auswählt und bei dieser Auswahl immer die erste Partition nehmen, denn die erste Partition ist immer die Boot-Partition. Also das kann SDA1 sein, das kann HDA1 sein und so weiter und so fort. So, die Installationsroutine war schon mal sehr, sehr gut, sehr, sehr einfach und intuitiv. Nichts Kompliziertes. Und jetzt haben wir jetzt hier die Möglichkeit, uns schon mal mit dem Betriebssystem selber vertraut zu machen, während die Installation läuft. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir warten erstmal ab, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist durch und wir können den Rechner neu starten. So, und hier ist auch das Grub-Menü sehr schön gestaltet. Sieht sehr, sehr gut aus. So, dann starten wir mal Uruk. So, hier haben wir dann unseren Login-Bildschirm. Sieht sehr, sehr schön aus. Sieht nach LightDM aus. Auch sehr schön gestaltet, sehr schön designt. Kann man nicht anders sagen. So, und dann schauen wir mal. Wir haben hier zwei Sessions. Einmal die Kodi-Session. Das ist sehr interessant. Und einmal Mate. Und wir loggen uns ganz normal in die Mate-Session ein. So, mit dem Passwort. Und dann sind wir auch schon drin. Der erste Start dauert immer ein kleines bisschen länger. Hier werden wir jetzt begrüßt mit einem Welcome-Bildschirm. Und hier haben wir schon ein paar Sachen, die wir uns hier anschauen können. Zum einen haben wir hier einen Punkt Hardware. Den möchte ich mir mal anschauen. Und hier werden wir umgeleitet auf h-node.org. Hier kann man dann die passende Hardware raussuchen, die eben passend ist zu freier Software. Denn freie Software bedeutet, es ist keine properitäre Software drauf. Mitunter kann es passieren, dass zum Beispiel WLAN und so weiter nicht funktioniert. So, dann haben wir hier einen Punkt, der nennt sich Apps. Hier werden wir jetzt gebeten, ein Passwort einzugeben. Und dann kommen wir zur Synaptics-Paketverwaltung. Und das ist tatsächlich nichts anderes als das Abt-System. Und hier kann man ähnlich wie bei Debian oder Ubuntu über die Synaptics-Paketverwaltung die Programme installieren, die man so haben möchte. So, hier geht es dann noch zu einem Forum. Und zwar zu dem Forumbereich von Trisquell Linux, also trisquell.info. Und dann geht es in das Unterforum General Free Software Talk. Das heißt, es gibt kein eigenständiges Forum für Uruk, sondern die verweisen dann direkt auf den Free Software Part von Trisquell Linux. Unter dem Punkt Getting Involved kann man nochmal nachlesen, wie man selber eben mitmachen kann, was man tun kann, um entsprechend mitzuwirken. Zum einen einfach über das Betriebssystem reden und an Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte verteilen. Bugs melden, Empfehlungen aussprechen für Verbesserungen in den Foren, ein bisschen mithelfen, Übersetzungen anbieten, das Design mit anpassen, mit gestalten oder eben direkt am Quellcode mitwirken. Dann haben wir hier noch einen Link zur Free Software Foundation, direkt was GNU betrifft. Und da merkt man eben auch, wohin hier die Reise geht. Bei Uruk Linux geht hier wirklich um ausschließlich freie Software. Jetzt kommen wir zum ersten Systempunkt, nämlich zum Systemupdate. Ich habe da jetzt drauf gedrückt, aber da ist jetzt nicht viel passiert. Er hat wahrscheinlich einfach nur die Spiegel-Server synchronisiert, aber kein Systemupdate durchgeführt. Das ist auch erstmal nicht so schlimm. Und hier haben wir noch das Kontrollzentrum. Das sind im Prinzip die Einstellungen, die ganz normalen Systemeinstellungen für MATE, für den MATE-Desktop. Gucken wir uns aber gleich noch separat an. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Bug-Report. Hier werden wir dann auf eine Seite weitergeleitet, die leider nicht mehr existiert. Das ist sehr, sehr schade. Gut, sei es drum. Dann schließen wir mal den Welcome-Screen und schauen wir mal hier an, was wir jetzt hier so auf der Startseite sehen. Hier steht Uruk 3.0. Das ist der USB-Stick, der jetzt noch drin ist. Und dann haben wir hier unten den Firefox. Das ist Firefox ESR. Schauen wir gleich mal nach, welche Version das ist. Das ist hier alles aktuell noch auf Englisch eingestellt. Das kann man aber noch ändern. Das ist die 91.13 ESR. Das ist also nicht mehr die neueste ESR-Version, denn wir sind aktuell bei 102. Bei der Version 102. Dann haben wir hier unsere Dateiverwaltung, unsere Dateiverwaltung Kaya. Dann haben wir hier unten noch Thunderbird als E-Mail-Client. Auch dieser ist, nehme ich mal an, nicht der neueste. Hier haben wir die Version 78.4. Das ist wirklich schon ein kleines bisschen älter. Wir sind auch hier bei der irgendwas über 100 Version. Dann haben wir hier das ganz normale Mate Terminal. Sehr schönes Terminal. Und dann hier noch LibreOffice, welches sich hier bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht öffnet. Und dann haben wir hier noch den Sayonara-Player. Dieser Player befindet sich hier scheinbar noch in einer Beta-Phase. Ich nehme mal an, dass der Entwickler da selber mit dran arbeitet, weshalb er hier diesen Player auf jeden Fall mit anbietet. Wir können das Ganze mal auf Deutsch schalten. Okay, sieht sehr gut aus. Und dann sieht es so aus, als wenn man hier einfach einen Ordner eingeben kann, einen Musiksammlungsordner. Und dann kann man da entsprechend Playlisten erstellen und das Ganze abspielen. Sieht sehr vielversprechend aus. Bin ich mal gespannt, wie das Projekt Sayonara sich so entwickelt. So, dann schauen wir jetzt hier gleich hier oben ins Menü mal rein, was wir hier noch so alles haben. Wir haben hier ein normales Menü, schön kategorisch geordnet. Unter Barrierefreiheit, da haben wir hier ein Applet für zum Beispiel Screenreader und virtuelle Tastatur und hier auch noch eine Bildschirmtastatur. Unter dem Punkt Büro finden wir dann die LibreOffice Bibliothek und noch ein paar Kalender- und PDF-Viewer. LibreOffice habe ich ja eben nicht zum Starten gekriegt, deswegen werde ich jetzt Ganze mal hier probieren, den Writer direkt zu starten. Auch das funktioniert hier scheinbar nicht so gut, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt hat sich das auch geschlossen und ist wieder abgestürzt. Wer weiß, woran das liegt, dass hier LibreOffice sich nicht starten lässt bei mir. Vielleicht muss ich das ganze System einmal updaten, damit das Ganze funktioniert. Und ich würde einfach mal sagen, das machen wir jetzt mal. So, das Update ging dann recht zügig und es wurde lediglich der Kernel geupdatet um eine kleine Unterversion, ich glaube von 78 auf 80. Und wie wir hier schon sehen, es handelt sich dabei um einen Libre-Kernel, der hier installiert wurde, der Linux Libre LTS. Und bei Libre-Kernel, da sind keine properitären Module drin. Und dieser ist zwar zu 100% frei, quasi, wie man so schön sagt, allerdings kann es immer mal wieder zu Kompatibilitätsproblemen kommen bei besonders neuerer Hardware. Wobei ich sagen muss, mein Rechner hier ist jetzt nicht besonders neu, der ist glaube ich von 2014 und sollte eigentlich funktionieren. Ich werde jetzt das System nochmal neu starten und funktioniert nach wie vor nicht. Ziemlich seltsam, wer weiß woran es liegt, vielleicht kriege ich das Ganze ja noch raus. Schade, schade. So, wir machen mal weiter, dann gibt es hier noch die Einstellungen, dann gibt es dann diverse Einstellungen. Zum Beispiel zum Erscheinungsbild, Energieverwaltung, besonders dann, wenn man ein Notebook hat, ist es sehr, sehr wichtig. Dann gibt es noch Mate Tweak und die Fensterverwaltung. So, unter Grafik finden wir zum Beispiel Gimp, ist bereits hier schon vorinstalliert und dann noch ein paar andere grafische Sachen. Schauen wir mal, ob Gimp startet. Gimp scheint gut zu starten. Das ist dann hier auch die Version 2.10.22. Wir können mal auf Aktualisierung prüfen. Und hier sehen wir auch, dass Gimp ebenfalls mit der Version ein paar Versionen hinterherhängt. Obwohl ich gerade ein Update gemacht habe, sind keine weiteren Updates verfügbar. Und hier ist ja die letzte Version bereits im Juni veröffentlicht worden. Jetzt öffnet sich hier der Download-Button. So, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. So, unter Internet finden wir einmal unseren Firefox, einen Chat und eben auch den Thunderbird. Dann gibt es einen BitTorrent-Client namens Deluge. Und hier haben wir noch einen Download-Helper, quasi YouGet. Unter dem Punkt Programmierung finden wir die Genie, die Entwicklungsumgebung Genie, die ich sehr empfehlen kann, weil sie wirklich schlank und sehr, sehr schön ist. Bei Systemverwaltung können wir einmal die Uhrzeit und den Anmeldebildschirm einstellen und auch die Synaptics-Paketverwaltung öffnen. Unter Systemwerkzeuge finden wir einmal hier die Aktualisierungsverwaltung. Und der Updater läuft hier oben in Form eines Schildes. Und da können wir hier dann auch die Einstellungen noch durchführen. Wir können hier zum Beispiel auch ein Full-Upgrade machen lassen. So, dann können wir das einfach mal hier machen und gehen wir mal auf Status. System ist up-to-date. Und hier können wir jetzt nochmal das System-Update erzwingen. Und das scheint aber tatsächlich up-to-date zu sein, das System. So, dann haben wir hier noch den GDebi-Paket-Installer, um eben DEP-Pakete zu installieren. Departed ist drauf, ein Image-Mounter, System-Überwachung und Timeshift. Und dann gibt es hier noch den Uruk-Cleaner. Auch der Uruk-Cleaner ist ein eigenständiges Programm vom Entwickler von Uruk. Sieht optisch ein bisschen anders aus als jetzt die anderen Uruk-Programme. Und da können wir hier einfach auf Clean klicken. Da können wir zum Beispiel den Cache lernen, Thumbnails, den Firefox-Cache, unnötige Pakete entfernen und System-Logs. Und dann einfach auf Clean, OK. Und dann war es das auch schon. Und dann können wir das Ganze hier schließen. Geht also ganz schnell und ganz einfach. So, unter Ton und Video finden wir einen Konverter. Einmal Kodi. Ja, Kodi ist quasi ein Media Center, sowas ähnliches wie eine Smart-TV-Oberfläche, könnte man sagen. Wer also haufenweise Musikvideos und Filme auf seinem Rechner hat, kann das Ganze über Kodi dann entsprechend anschauen. Und Kodi lässt sich entweder mit der Maus oder auch komplett mit der Tastatur bedienen. So, wir gehen mal wieder raus. Einmal hier und dann Exit. So, neben Kodi haben wir dann noch den Sayonara-Player und VLC-Media-Player. So, unter Zubehör finden wir hier Kaffin. Kaffin verhindert, dass sich der Bildschirm ausschaltet oder dass sich ein Bildschirmschoner einschaltet. Das heißt, er zwingt quasi den Rechner wach zu bleiben. Deswegen Kaffin. Hier haben wir ein Hashing-Tool noch. Schriftanzeige, Pycom, Plank ist im Prinzip hier unten. Dieser Dock hier unten ist der Plank-Dock. Dann gibt es noch Plume als Texteditor, ein ganz einfacher Texteditor. Und das war es im Prinzip schon. Und dann haben wir zum Schluss noch das Kontrollzentrum. Im Großen und Ganzen ist das erstmal ein schönes, schlankes System. Ich bedauere das ein bisschen, dass die Office-Bibliothek nicht funktioniert. Und vor allem, dass die Software etwas veraltet ist und nicht sehr neu ist. Wir schauen jetzt mal erstmal noch ganz fix bei den Hintergrundbildern, ob hier ein paar schöne Hintergrundbilder zu finden sind. Nehmen wir mal an, da sind hier die Mate-Standard-Hintergrundbilder. Das sieht ganz danach aus. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen klein, aber das passt schon. Es gibt allerdings hier einen Uruk-Bildschirm. So, den nehmen wir jetzt hier auch. Und dann haben wir hier Uruk-Gnu-Linux-Standard. Ich finde das auch sehr, sehr gut. So, als nächstes schauen wir uns mal den Paketmanager-Simulator an. So, wie wir ja bereits wissen, ist hier auf dem System die Synaptics-Paketverwaltung drauf. Und das bedeutet auch, dass Abt der Standard-Paketmanager ist, der hier hinterlegt ist. Das ist auch kein Wunder. So basiert doch dieses Betriebssystem Uruk auf PureOS und Trisquell. Updates kann ich ganz einfach durchführen mit sudo apt-update. Und dann werden die Paketlisten aktualisiert. Wer von einem anderen Betriebssystem, wie zum Beispiel Red Hat oder Fedora und so weiter kommt, der ist es vielleicht gewohnt, einen anderen Paketmanager immer zu nutzen, welches ihm dann auch leichter von den Händen geht. Und das funktioniert hier genauso. Einfach eingeben sudo und dann zum Beispiel dnf-upgrade durchführen und schon funktioniert das im Prinzip ganz genauso. Ohne, dass man hier jetzt irgendwas anderes noch machen muss, kann man das einfach so eingeben. Wer von OpenSUSE kommt, der wird wahrscheinlich mit Zipper ziemlich vertraut sein. Und auch jener kann hier einfach eintippen, sudo zipper update. Und schon wird das Update durchgeführt. Und zu guter Letzt, wer direkt aus der Arch-Welt kommt, so wie ich, der wird wahrscheinlich auch Pac-Man sehr zu schätzen wissen, was die Nutzung des Paketmanagers betrifft. Und auch das funktioniert hier ohne Probleme mit sudo pacman-syu. Und schon kann man hier entsprechend Updates durchführen, je nachdem. Das sind allerdings nur Simulatoren. Ich habe mal geschaut, in der Bash-RC sind diese Begriffe nicht als Alias hinterlegt, sondern das muss scheinbar eine Software sein, die im Hintergrund läuft und die das Ganze, die Befehle dann entsprechend umleitet. Ja, also es ist nicht Pac-Man selber oder Zipper oder dnf, was hier installiert ist, sondern es wird quasi simuliert. Der native Paketmanager ist weiterhin Updates. Welches hier hinterlegt ist. Auf der Webseite selber steht ja, dass man RPM-Dateien und Quelldateien ziemlich einfach im Terminal installieren kann, indem man einfach diesen Befehl u-rpmi oder eben u-src eingibt, gefolgt von dem entsprechenden Paketnamen. Und das testen wir einfach mal aus. So, ich habe jetzt LibreOffice vom System mal vollständig entfernt, weil es hat ja ohnehin nicht funktioniert, und habe mir direkt auf der Webseite von LibreOffice.org die neueste RPM-Version 7.4.3 heruntergeladen. Und ich möchte jetzt mal überprüfen, ob die Installation mit u-rpmi so einfach funktioniert, wie es auf der Webseite steht. Dazu werde ich dieses Paket jetzt hier einfach mal entpacken und da einfach mal reingehen. Dann haben wir hier rpms. Hier in den Ordnern haben wir die ganzen RPM-Pakete. Klar, normalerweise sollten die im Idealfall eigentlich alle installiert werden, aber ich will es jetzt einfach mal nur testweise das ganz normale LibreOffice hier installieren. Das wäre dann diese Datei, diese RPM-Datei hier. So, und das machen wir mal mit u-rpmi. Das ist so, wie es auf der Webseite steht. Und dann einfach das Ganze hier mal einfügen. Das kann man hier einfach per Drag & Drop, und dann wird der Pfad einfach eingegeben. So, dann mal schauen, ob das funktioniert. So, hier steht jetzt irgendwas von nicht gefunden, aber das ignorieren wir jetzt erstmal, sondern Passwort rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, das hat funktioniert. So, wie es aussieht, wurde jetzt LibreOffice selber entpackt und eingerichtet. Zumindest dieses eine RPM-Paket. Und da muss ich sagen, das war jetzt tatsächlich ziemlich einfach. Ich will mal schauen, ob das hier Ganze schon hinterlegt ist. Ich nehme mal an, noch nicht, weil so wird LibreOffice normalerweise auch gar nicht installiert. So, also ich konnte weder mit u-src noch mit u-rpmi irgendetwas bewirken. Die Installation von LibreOffice hat leider überhaupt nicht geklappt darüber. Ich konnte lediglich dann LibreOffice mit diesem eigenen Skript hier, mit dem eigenen Installations-Skript entsprechend installieren und allerdings dann auch nur hier lokal. Also es wird auch nicht im Menü und so weiter angezeigt. Das steht auch in der Readme-Datei so drin. Wenn ich also jetzt LibreOffice nutzen möchte, muss ich direkt hier in dieses Opferzeichnis rein, dann Programme und dann kann ich hier entsprechend zum Beispiel as Writer eingeben, hier unten as Writer dann auf ausführen und dann wird es entsprechend geöffnet. Und dann funktioniert es im Prinzip auch. Jetzt funktioniert im Prinzip auch die Oberfläche anders als vorhin. Und hier sehen wir, ich habe die aktuellste Version 7.432. das wäre jetzt eine Möglichkeit. Es gibt sicherlich dann auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze dann entsprechend in das System entsprechend einbinden kann, in das Menü zum Beispiel auch. Ich glaube, ich muss den Inhalt von Opt einfach dann in das das Root-Opt-Verzeichnis entsprechend überführen. Ist nicht sehr angenehm, finde ich. Nicht sehr schön. Also wenn das auf der Webseite hier so schön steht mit Sie brauchen sich ja gar keine Sorgen machen, wenn ich jetzt hier nochmal auf Uruk-Projekt gehe und hier steht ja ganz einfach mit U-R-P-M-I oder mit U-S-R-C ganz einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Es funktioniert einfach zum Teil nicht. Und unglücklicherweise gibt es keine Beschreibung dazu. Es gibt kein Wiki, kein funktionierendes Wiki. Wenn ich auf Bug-Report gehe, dann kommt hier Datei nicht gefunden. Das funktioniert also überhaupt nicht. Und das ist sehr, 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 sehr schade. Vielleicht bin ich dran schuld. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Wenn es aber eben beworben wird, dass es super einfach und völlig intuitiv ist, dann weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht der, ich sage mal, dümmste, was sowas betrifft. Und ich kriege das einfach nicht zum Laufen. Vielleicht kannst du mal in den Kommentaren schreiben, ob du das hingekriegt hast, ob du U-RPMI oder U-SRC zum Laufen kriegst, um entsprechend Software zu installieren. Wenn ja, dann komm auch ruhig in den Matrix Space mit rein, um uns entsprechend dahingehend aufzuklären. Ich würde das wirklich gerne mal wissen und auch gerne ausprobieren. So, was gibt es abschließend noch zu Uruk OS zu sagen? Was das System selber ist sehr flott, sehr stabil. Die Installation ist auch super einfach, lässt sich also wunderbar nutzen als Alternative zu Debian zum Beispiel oder anderen Systemen, die eben ausschließlich freie Software auch verwenden. Ein bisschen enttäuschend ist, dass es keine gute Dokumentation gibt. Es gibt kein gut gepflegtes Wiki und ein Bug-Report ist ebenso nicht mehr möglich oder gar nicht möglich, da diese Seite generell gar nicht existiert. Die RPM und Sources Installation hat bei mir nicht funktioniert. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass das generell nicht funktioniert, sondern nur, dass ich das vielleicht nicht richtig gemacht habe. Da wirst du mir aber sicherlich auch helfen können. Grundsätzlich ist das System sehr, sehr schnell und sehr, sehr sparsam und man kann im Prinzip alles noch nachinstallieren, was man so braucht aus den Upt-Repositories. Eine sehr, sehr schöne Idee finde ich, dass man hier die verschiedenen Paketmanager im Prinzip simulieren kann, so dass jemand, der aus zum Beispiel SUSE, Red Hat oder eben auch aus Arch Linux kommt, entsprechend seine bisherigen Kommandos für die Installation von Paketen oder Update des Systems nutzen kann, ohne sich da neu umdenken zu müssen. Ist ein nettes Spielzeug, ob das jetzt richtig notwendig und genau sinnvoll ist, das muss, glaube ich, jeder ein Stück weit für sich entscheiden. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.